Alter! Das Ding müssen wir echt nochmal spielen und dann muss jeder ein normales Fahrzeug nehmen. Dann wird's richtig los. Und keine 5 Runden. Mit 10. 10 Runden. Alle mit Motorrädern. Die drohen wir doch mal. OCH! Oder Buggys. Mit der tropischen Wellen. Vor allem auf dem Strandwellen. Okay. Mann ey! Ich bin mal beschossen. Oh, Runde 3. Oh, Selbstmord auch gut. Ja, auch noch nicht. Wenn mich schon alle umbringen, dann bringen wir auch Selbstmord um. Oh, Wut der? Sonst wird's ja einbeinig. Erstmal aussteigen. Hallo, kann ich mal stehen bleiben bitte? Au! Oh oh! Wer hebt da ab? Ich hab mich! Ich hab mich da. Oh. Oh, ich wollte Marco rausziehen. Oh, wie diese Insurgents einfach nicht explodieren. Ah, nein! Alter, Alter, ey. Ja, ich ertorben! Ach! Ich versteck noch nie so an hier. Weicher. Ich bin letzter, ey. Ich komm nicht mehr erfahren, ey. Oh, rausgefallen. Ich darf nicht mehr auf das gelbe Auto schießen. Nein! Oh! Oh! What the fuck! What the fuck! Nein! Oh, genau. Oh! 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 Das war so klar! Ich hab's gewusst! Hab's gewusst! haben noch gehofft so hoffentlich schießt er jetzt nicht zack weg oh man das ist doch nicht wahr bin die einzige der stirbt hier die ganze zeit ich fahre ich fahre raus ihr habt eigentlich keinen nerv jetzt drauf mehr muss der kontrollpunkt schon wieder ach da lasst mich in ruhe und stecken die monzertschacht eigentlich so selten das mit spaß mit dem ist geländen zu fahren nein da fahr ich genau vor seine nase wie der nein 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 bitte nicht und keine chance ich glaube ich hätte keine chance und wir abrufen aber das andere ist last team sein im modus also ich will erfahren was du noch so wenn du noch Paul bitte nicht lass mich in ruhe auch so derby-mäßig ich kann ja auch nicht viel antun noch die als ob die mich schon jagen matrix 23.000 grüß dich herzlich willkommen stream ja ich weiß aber warum ich hab mich rausgefahren nein Marco nicht danke ich hab nichts hab nichts ach doch ich hab welche ich hab dir einen raus geschleudert nein ich wurde raus geschleudert gerade von jay hat glaube ich ich hab dich gerufen und alle trocken ja aber wieso stehen überall meine wracks ja wieso schlutz Nein! Ich habe schon gefragt. ich wollte nur durchfang hat ja da war der kontrollpunkt und er kommt also ja Jaaa! Rache Kill! Ist schon einer irgendwie durchs Ziel mal? Nee, aber im Moment glaube ich. Ich habe keine Ahnung wo überhaupt das Ziel ist oder wie viel ich noch brauche bis zum Ziel. Irgendwann ist es dann in der Mitte. Ich habe noch sieben Punkte. Ja komm! Alter! Da sind wir auch gelappt. Ja, gerade noch den Boost benutzt. Wie soll die auf mich Jagd machen hier? Geistes Ziel! Nein, nein! Ja! Boah, alte Scheiße, beide noch. Ich hoffe es gibt wenigstens Fettkohle. So! Oh! 15.000 gibt's! 15.000! Alter, endlich! Ich bin noch in Runde 4. Ah ne, Runde 5 bin ich. Ich bin dritter. Uh! Aber zweiter Kontrollpunkt erst! Torben! Was? Keine Lust mehr! Und das ist nervig, wenn du auf Dienstwerfen schlägst. Schon eine Weile raus. Ja, weiß wie mäßig. Das ist Ende der Schrott! Und jetzt kriegst du nur so ein läppisches 100 Dollar Ding, wo ich am meisten gelitten hab. Wie viel krieg ich? Na, 3600. Immerhin. Kleines Trostpflaster. Ja, wie ist das? Als ob du nicht genug Geld hättest. Nein! Nicht mehr! Nicht mehr! Nicht mehr! Ich mach' mal was ab! Na, da könnte er lieber! Ich bin bei J.B.A.J. 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 Guck' dir das auch wieder ein rennen. Zwei Runden. Ja, aber dann mache ich zwei Runden. Ist doch behindert. Was nehmen wir? Nur zwei Zeuge, nur zwei Zeuge, nur zwei Zeuge. Fahrräder! Nur zwei Zeuge, oder Fahrräder. Guck' ich mir mal die Karte an, das ist ja schlimm, ey. Ja, hin und her, ne? Zick. So will das den делern. All of I.J. noch einladen freunde ist echt mal aljazeera nutzfahrzeuge wirklich zwei runden ich will nicht wissen wie kontrollpunkte das sind 30 oder so war wahrscheinlich anspannen wir von allem in rasenmäher jetzt kommt aber schon wieder keiner wo ist rachel wenn man dennoch auch ist eigentlich mal keine ahnung oder jetzt genau macht ich glaube der ist doch was also keine ahnung der geht die gallenblase essen wie viel pech muss man aber auch haben oder wie viel glück um sowas zu bekommen das auge ist mit ne ach so ich hab eben verstanden das auge ist man mit st knackt so schön wenn man drauf beißt das stimmt so kommt noch einer der alles eingeladen was geht ohr ja o hau hau ach schön dass wenn wir nicht äh trainer äh dritte steht eingeladen mhm oh ich hab ne einladung bekommen ich muss kurz rausgehen hm hau rein ja da kommt einer crazy trainierungen ich hab so einen grünen würfel auf dem kopf ich bin das bild von erratog was nehmen wir sucht mir was aus ne caddy nehmen wir alles gleich oder was also ich nehm caddy ja nehm ich auch caddy ja nehm ich auch caddy ja nehm ich auch caddy nehm ich auch caddy ausgewählt zack ohne hausbomben ja außer auf den 1 enden typen auf diesen ausser auf dem anderen nie aber is doch behindert es rolle eigentlich lastim sind was hab ich darunter geladen weiss´ ja auch nicht sieht aus wie derselbe rotz ne ich sehe feinne minträder der andere fährt mit fadio dieser crazy entschuldigung die wurden erst freigegeben die man den turbo und dann Alter, what the fuck? Nein! Ich bin hoch. Nein, ich fall runter. Oh nein. Ich komm wieder nicht mehr hoch. Oh nein, ich flieg raus. Oh mein Gott. Oh nein, 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 nein. Gut, dass Dave nicht zählen kann. Der Dreizahler! Nein! Ich steh mit dem Kontrolltruck drin und krieg ihn nicht dadurch. Nein. Oh, ich schubst mich doch nicht. Ich komm doch nicht hoch. Und ich krieg immer nur Roller. Ich will nicht aufkommen. Ey, das ist gerade ein Boost. Alter, mit Anlauf, ey. Oh, das ist jetzt mal nicht. Nicht pro Anlauf. Alter. Ich will jetzt Anlauf nehmen. Alter, what the fuck. Oh, fuck, 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 zu weit. Voll raus. Alter, what the fuck, scheiße. Ich hab ihn. Da. Oh, dann fällt's ja noch so runter, meh, mit dem blöden Kelly. Komm, gib doch Gas, du blödes Vieh. Gib mir das Ding her. Ich hab dich gefallen. Küften! Uuuh! Überschlagen! Alter, ist ein Krampf, ey. Hat's irgendwie was, ne? Uuuh. Komm schon. Wir sind zusammen mit dem Täti. Wett, wett.